Wir kommen zu einem neuen Part. Let's play Heroes of the Storm. Zayo ist auch dabei. Hallo. Und hör auf mich zu piken. Au. Lass das. Aua, es tut weh. Ich soll heute zwei Spiele mit einem Warcraft-Helden gewinnen und hab mir dann... Ach, du sollst die gewinnen? Ja, das ist ja das Problem, glaube ich. Warte, ich guck nochmal nach. Nee, absolviere. Okay, ich spiel Brightwing. Ja, hab gemerkt, dass ich noch nicht so wirklich irgendwie mit Warcraft-Helden viel gerissen hab. Ja. Dann versuchen wir mal unser Glück. Nicht im Versus. Nein, nein, nein. Brightwing machen wir schön mit Co-op. Weil ich kann nix. Hey, wir haben immerhin einen Tank dabei. Zwei. Zwei? Ist Tyrael Tank? Tyrael kann man so tanky aufbauen. Okay. Mhm. Na dann. Ha. Die Drachengärten. Ich weiß noch, der eine Tag, wo ich fast nur Drachengärten spielen durfte. Das war was. Eieiei. Ich hoffe mal, dass heute die Aufnahme läuft. Hey, guckt nicht mich an. Ja, nicht, dass gleich wieder die Grafikkarte abschmiert und dann ist der Part wieder nur acht Minuten lang. Das liegt ja nicht an der Grafikkarte. Das liegt am Spiel in Verbindung mit der Grafikkarte. Ne? So. Oh. What the? Er erhöht den Schaden im inneren Wirkungsbereich. Machen wir erstmal Schadenerhöhung. Oh nö. Was ist denn das schon wieder hier? Nee. So. Wieso ist Brightwing so langsam? Glaube ich gehe... Soll ich jetzt den Tank runtergehen oder soll ich ihn unterstützen? Das ist vollkommen wurscht. Das ist ein Koop. Du kannst dich mit Y nämlich auch teleportieren. Ah, deswegen kann ich nicht reiten. Also ich bin... Das müsste mit Y gehen, denke ich mal. Ja. Ja, ist auch. Deswegen kann ich nicht reiten. Ja. Du bist... Du kannst... Du fliegst schon. Warum dann noch reiten? Nein, ich kann auch nicht schnell fliegen. Ich habe immer meine Laufgeschwindigkeit im Prinzip. Mhm. Weißt du? Ups. Zahlentasten. Kann passieren. Was ist denn auf E? Feenstaub. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Ups. Was treibt er denn da? Selbstmord oder was? Was ein Vogel. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Hm. Ähm. Möchte der nicht mal helfen? Egal. Diablo hat es ja geschafft. Dann los geht ihn hinten. Ja. Ich will gerne erstmal heilen. Äh. Diablo weiß schon, dass das zeitlich begrenzt ist und er mal langsam seinen Arsch bewegen könnte. Ist schon dabei? Ja, jetzt. Aber gerade eben ist er nur rumgeidelt. Ja. Geht. Ich bin in Ige. Schlag doch erstmal das Tor. Hat er. Krass. Okay, den mach ich noch. So, äh. Akkirten. Na. Ich geh wieder auf die Lane oben. Welche Charts hast du eigentlich so in letzter Zeit gespielt? Hm? Tyrande, Nova, Kerrigan. Okay. Ähm. Was ist im Moment dein Lieblings-Chart? Boah. Das ist, das, das, das kommt immer auch ein bisschen drauf an. Ich weiß, das ist eine große Frage. Eher, eigentlich eher Kerrigan als Nova, aber es hängt wirklich so ein bisschen davon ab, wie auch die Laune ist bei mir. Ja. Wenn ich einfach nur hinterlistig sein will, dann mache ich Nova. Badass, dann eher Kerrigan. Was ist denn lindernder Nebel? Was ist denn lindernder Nebel? Bald werden die Schreine erwachen. Bald werden die Schreine erwachen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Alles, was passiv ist, ist schon mal gut und macht mir weniger Arbeit. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Einmal will ich mich teleportieren, aber es dahin geht nicht, oder wie? Geh mal runter. Wow. Ich glaube, ich muss mich zu einem Helden teleportieren. Ich glaube, ich muss mich zu einem Helden teleportieren. Oh Mann. Nachher machen wir aber dann auch mal, ähm, hier, wie heißt es? Ah, so knapp. Ah. Versus. Weißt du? Aber da mit einem Charakter, den ich ein bisschen besser beherrsche. Wen denn? Kerrigan. Kerrigan kann ich ganz gut. So. Stellt sich jetzt die Frage, wie du dann Kerrigan spielen willst. Tja. Ähm. Okay. Zweimal kannst du das benutzen. Ja. Der obere Turm hat volle Munition fast und der untere gar nichts mehr gehabt. Oh, den hat es aber zerlegt. Reiner habe ich auch noch mal gespielt. Okay. Ja, der fehlt mir nicht so gut. Ich weiß nicht. Musste ich mich erst mal mit anfreunden. Wie oben auf dem Turm. Was treiben die denn? Die sind so viert da unten. Und, äh, trotzdem nehmen die da die, ähm, wie heißen die? Die Mercamps ein. Also wirklich. Würde es einmal cool, damit er... Oder geht das? Ja. Ich dachte, das ist Teleportieren. Das darf nicht. Da teleportiert sich zu einem... Achso, ja, im gewissen Bereich. Ja, du, Hong. Ich sag besser nichts mehr. Das hat hier den Radius. Das geht über die ganze Map. Nee, da musst du es... Das geht auch nicht über die ganze Map. Nicht? Nee. Ach ja. Kork Y hat, äh... Wo ist denn der Kreis denn, der so normalerweise dann ist? Der ist... Der ist kein Kreis. Okay. Kann ich hier jetzt einfach... Ja. Da ist die Stimmung. Boom, bist du da. Ja, toll. Ich werde jetzt angegriffen. Ja. 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 Du musst lauter sprechen. Na, spiele es so laut. So, jetzt habe ich Zeit für ein Talent. Blutrausch. Das klingt gut. Hat dir klappt. Ich bin blockiert, blockiert. Oh, Mann. Du bist tot. Ja. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich kann mich über die ganze Map horten. Krass, ey. Das kannst du als Fight Start auch. Da bist du ja auch immer gemountet quasi. Das ist ja richtig. Was für faule Menschen. Nein, das ist um... Das ist eigentlich... Hier als... Hier als... Wie heißt der... Als Pride Wing halt... Support... Auf allen Lanes gleichzeitig... So gut es geht natürlich. Und als Fallout halt da... Wo gerade... Schaden gebraucht wird Was macht Diablo da? Diablo rastet aus ENRAGE Nehmt die Macht des Drachenditters in Anspruch So, wir wollen gucken hier Muradin ist fällig, glaube ich, oder? Nee, nicht ganz Nicht im Moment Kerrigan bleibt doch mal stehen Aber die Ulti doppelt und äh... Ja, ich weiß, Talent So, komm schon Zarecke! Zarecke! Boah Jetzt hab ich auch mal Zeit für ein Talent Äh... Verlangsam Ziele So, das nehm ich doch mal Den mal noch heilen Und die auch noch heilen Ups Das war nicht das, was ich da rein zaubern wollte Uiuiui Uiuiui Ah! Halt, äh, geh ein bisschen weg Geh ein bisschen weg von dem Blut Oh, oh ja Das macht nämlich, ähm, Flächenschaden Was macht Flächenschaden? Der Angriff vom Chor Okay Ja Ja Ist aber auch jetzt egal Allerdings Ah So, dann, ähm Was denn? Gucken wir uns noch die Dings an Die Stats Nur mal auf die Statistiken, bitte Wie ich mich angestellt habe und so Ja Ja Kartenmechanik ist klar Ja Ja War doch ne ganz, äh Nette Runde Oder? Ja In der nächsten Runde wieder Brightwing? Nö? Was immer du willst Okay Ich guck nur mit zu Alles klar Das ist Das ist Das ist Vielen Dank.